Musik 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 Das ist ein ganz wichtiges Eventement für uns, für Flipco, weil Flipco ist hier in Lettsbrühe ein success story, mit 32 Brüssen und 120. Ich habe hier ein 1,2 Millionen Leute, aber hier, noch zehn Jahre, dürfen wir auch endlich auf einen Flughafen kommen. Und das möchte ich jetzt wirklich sehr froh, so wir haben hier auch dann. Musik Ja, ich habe schon gelesen davon, ja. Sicher würde ich das benutzen, ja. Weil es ja günstig jetzt irgendwo zum Flughafen zu kommen, ne? Und es gibt viele Stunden, und es ist viel einfacher, und es ist viel einfacher, als in der Ville zu fahren, als in der Ville zu fahren, oder so. Musik 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 Musik